Glamour Schala Fokusstrategie Wir haben den Donnerstag den 17. März 2022 9. Oder Titel 9 Widersteht nicht Titel aber Ich lehne mich an die anderen Verfassung haben Also 9. Änderung der Kantonsverfassung Total- und Teilrevision Artikel 101 Absatz 1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden Absatz 2 Eine Teilrevision kann eine einzelne Bestimmung oder mehrere sachlich zusammenhängende Bestimmungen umfassen Absatz 3 Das Volk entscheidet aufgrund einer Volksinitiative oder eines Beschlusses des Grossen Rates, ob eine Totalrevision der Verfassung einzuleiten ist Absatz 4 Bei einer Totalrevision kann die Verfassungsvorlage anstelle einer Variante gemäss Artikel 19 eine oder mehrere Varianten enthalten, über die vorgängig oder gleichzeitig gesondert abzustimmen ist Nach über 2. Minute 10 Schlussbestimmung Absatz 4 Absatz 4 Absatz 4 Vielen Dank.